Jetzt mal ein Spot ab! Schauen Sie sich jetzt mal ganz genau hin! Genau, hier können wir sehen, das ist ein interaktiver Clip, das heißt, der Fahrstuhlschacht füllt sich mit Bier und wenn sich während dieser Zeit jetzt jemand in den Fahrstuhl begibt und hochfahren oder runterfahren drückt, dann reagiert diese Animation auf die tatsächliche Fahrstuhlkabine. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass man mit dem Fahrstuhl plötzlich durch eine Bierkrone nach oben oder nach unten fährt. Das Gefühl hatte ich bei euch im Haus schon länger mal. Jetzt kann man das auch mal visualisieren. Also ich finde, das ist unglaublich gut genug. Axel, man wird auch... Also diese Spots sind natürlich jetzt für Sie zur Erklärung ohne Ton, weil die den ganzen Tag und die ganze Nacht eben auch hier laufen auf der Fassade. Dann kann er natürlich nicht den ganzen Tag ganz St. Pauli mit lauter Musik bescheiden. Deswegen läuft das ohne Ton auch jetzt hier ab. Und wir haben da auch einen Spot noch, Axel, von dem man gar nicht zuerst merkt, dass es ein, ja, um das böse Wort Werbespot mal zu sagen, ein Werbespot ist. Man merkt das gar nicht zuerst. Es baut sich...